Hallo und willkommen zur dritten Folge vom Game-Based-Podcast. Mein Name ist Nino und ich möchte mir heute zusammen mit Dejan das Thema Moral in Spielen ansehen. Hallo Dejan. Hallo Nino. Ja, wir hatten einen etwas stressigen Morgen, aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. Ich hoffe, du bist genauso bereit wie ich. Allzeit bereit. Genau. Wir haben sehr coole Sachen recherchiert. Wir haben auch eine sehr coole Interviewpartnerin, zu der ich euch später noch mehr erzählen will. Aber wie bei dem letzten Thema auch, möchte ich erstmal mit der Definition starten, um das als Gesprächsgrundlage zu benutzen. Was ist Moral überhaupt? Als Moral werden zumeist Handlungsmuster, Regeln oder Prinzipien von Individuen, Gruppen oder Kulturen bezeichnet. Und sie zeigen die Gesamtheit der gegenwärtig geltenden Werte, Normen, Tugenden etc. Und der Verstoß gegen Moralvorstellungen wird als Unmoral bezeichnet. Es gibt verschiedene Moralvorstellungen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema Abtreibung, Impfpflicht oder Flüchtlingspolitik, sieht man, dass auch innerhalb einer Gesellschaft oder einer Familie oder Freundesgruppe das Moralempfinden verschieden ist und sich das auch bis auf ganze Länder ausbreiten kann. Das Entwickeln eines Moralsystems ist zwar Teil des lebenslangen Lernens, jedoch besonders in der Pubertät eine entscheidende Aufgabe, der sich jeder Mensch stellen muss. Wenn man sich in der Moralforschung die Artikel durchliest, kommt man zu dem Konsens, dass Menschen, also das wird vermutet, mit einem Grundgerüst von Moral geboren werden. Aber dass die Ausprägung davon eben sehr stark abhängt von zum Beispiel der Kultur, in der man aufwächst oder dem Rechtsstaat und die Gesetze, die dort gelten. Betrachten wir auch zum Beispiel Deutschland vor 120 Jahren, dann wäre es damals undenkbar gewesen, dass Frauen wählen dürfen, was für uns heute ein komplett befremdlicher Gedanke wäre. Das zeigt auch, dass Moral sich über die Jahre eben verändert, so wie die Menschen sich verändern. An sich ist die Entwicklung von Moral auch eine Aufgabe der Schule. Für fast jede Entscheidung im Leben brauchen wir nämlich moralisches Handeln und das lernen wir in Fächern wie Geschichte, Ethik, Religion, Gemeinschaftskunde und natürlich auch in den anderen Fächern. Dabei prägt uns eben nicht nur unser Umfeld, sondern auch die Medien, die wir konsumieren und die Informationen, die wir darüber aufnehmen und empfinden da eben Sachen als richtig oder falsch. Das gilt bei Büchern, das kriegen wir dann von den Autoren, Autorinnen, bei Filmen von Regisseuren und Regisseurinnen und bei Spielen von Entwicklerinnen und Entwicklern. Meine erste Frage an dich. Wenn man Game Designer ist oder Game Designerin, müssen ja bestimmte Handlungen, bestimmte Folgen haben in den Spielen. Die Programmierer geben ja dann vor, was gut und was böse ist. Welches Verhalten wird bestraft und welches belohnt etc. Wie ist da die Spielmechanik diesbezogen ausgeprägt? Ja, also bei den Spielen ist es natürlich so, das Besondere ist, dass man ja die Wahl hat und auch verschiedene Wege einschlagen kann. Und für Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler ist es natürlich besonders interessant, auch verschiedene Wege aufzuzeigen. Man muss aber natürlich immer im Hinterkopf haben, also jeder zusätzliche Weg bedeutet auch einen Riesenaufwand, diesen Weg auch zu beschreiben und auch zu gehen. Und die Kunst auch bei der Spieleentwicklung ist es, auch alles Mögliche vorherzusehen und zu überlegen, was können Spielerinnen und Spieler machen. Und die goldene Regel ist, alles was möglich ist, wird auch gemacht. Kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein und deswegen, man wird auch in jedem Spiel nie alles irgendwie abdecken können. Also je nachdem, wie eng das Spiel auch in der Spielmechanik gefasst ist. Und es ist auch okay, auch dass bei manchen Spielen Dinge gemacht werden, die vielleicht nicht vorhersehbar sind und das gibt dann lustige YouTube-Videos etc. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass sich Entwicklerinnen und Entwickler Gedanken machen müssen, okay, was sind so die logischen Handlungen, die Spielerinnen und Spieler machen. Und umso mehr ein Spiel darauf eingeht und auch die Folgen aufzeigt, umso mehr wird das auch von Spielern und Spielern wertgeschätzt. Also die merken dann, okay, die haben sich wirklich dabei gedacht und die Welt fühlt sich einfach sehr viel echter, authentischer ein. Weil das ist genau das, was wir in der realen Welt ja auch haben. Die Umwelt reagiert auf uns, die ja alles, was wir machen, hat irgendwie eine Folge oder gibt uns irgendwie eine Rückmeldung. Und umso mehr das in dem Spiel auch dargestellt und simuliert wird, ja, umso besser ist das Spiel, kann man eigentlich auch schon sagen. Es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, Moral darzustellen in Spielen. Es gibt ja zum Beispiel Karma-Systeme, also man kriegt positive oder negative Karma-Punkte oder auch Spiele, die einem gar keinen klaren Weg aufzeigen. Was sind da Beispiele, die du dafür nennen kannst? Ja, also Grund, man kann auch wieder das Ganze so geschichtlich betrachten, also spielgeschichtlich, spielhistorisch, dass Spiele ja immer komplexer geworden sind. Und wie gesagt, ich kann jetzt wieder so ein bisschen auf meine Spielhistorie zurückgreifen und anschauen, wie das mit den Spielen aussah, mit denen ich halt groß geworden bin. Und man hat gemerkt, dass am Anfang gab es dann schon immer einen relativ straighten Weg. Also wie gesagt, es ist immer umfangreicher und aufwendiger, auch Spiele so zu entwickeln, dass man verschiedene Möglichkeiten darstellen kann. Und gerade wenn wir jetzt Rollenspiele nehmen, was ja im Grunde wirklich so ein, ja, eigentlich das beste Genre ist, um auch Entscheidungen auch darzustellen, wie der Name sagt. Also ich übernehme eine Rolle, ich bin als Spielerin, Spieler derjenige, diejenige, die dann wirklich die Entscheidungen trifft und das sollte irgendwie sich auswirken. Und neben dem rein, okay, ich habe einen Charakter, der sich irgendwie mit den Werten ändert und so, ist vor allem auch die Geschichte, die ich damit irgendwie beeinflusse. Und das ist auch ein, sage ich mal, auch relativ auf der einen Seite das Urverständnis von Rollenspiel. Also wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu Pen & Paper, was ja quasi so die Grundlage für auch computersche Rollenspiele ist. Ich habe eine Spielrunde. Man hat einen Spielleiter, eine Spielleiterin, die eine Geschichte erzählt. Also im Endeffekt gibt es da vorgefertigte Geschichten, aber es gibt auch Leiterinnen, die sich selber Geschichten ausdenken und die im Rahmen einer Gruppe. Also es ist wie so eine Erzählrunde und neben dem Spielleiter oder der Spielleiterin gibt es halt die Spieler, die dann eigene Charaktere haben und die quasi vorher aufeinander abstimmen. Also man schaut, dass man dann unterschiedliche Rollen übernimmt, sowohl spielmechanisch, also dass es da Zauberer gibt, dass es Diebe gibt, dass es irgendwie Krieger gibt, aber auch eben in ihrem Charakter. Also dass es auch vielleicht welche gibt, die dann besonders edel und nach ganz festen Normen Werten handeln. Andere wiederum, gerade wenn er so Diebescharaktere nimmt, die sind da vielleicht ein bisschen offener und dadurch entspinnen dann sehr spannende Situationen. Und auch so eine goldene Regel beim Pen & Paper, meistens läuft es dann eh immer anders, als der Spielleiter oder die Spielleiterin sich das gedacht hat. Und es werden die verrücktesten Situationen dann ausgespielt und das ist auch ein großer Spaß bei der ganzen Sache. Das repräsentiert hier auch so ein bisschen das echte Leben. Genau. Und während diese ganzen, sag ich mal, regelmechanischen Sachen, also Pen & Paper kommt tatsächlich so ein bisschen aus der Nerd-Szene, also es ist oft so an Unis gespielt worden und auch gerade diese ursprünglichen Regelwerke sind auch sehr mathematisch. Also es gibt dann auch die ganzen Erfahrungspunkte-Systeme, diese Attributsysteme, wo es dann irgendwie Stärke, Intelligenzpunkte etc. gibt, kommen auch aus diesen Pen & Paper-Spielen und wurden sehr schön ins Computerspiele übertragen. Was halt den Vorteil hatte, dass Computer einem diese ganzen Rechnereien wegnehmen. Also es wurde in Pen & Paper auch ein Aspekt sehr viel ausgewürfelt und auch das kann ein Computer super natürlich. Irgendwelche Zufallszahlen etc. damit rechnen. Also es konnte die ganze Spielmechanik im Hintergrund quasi laufen lassen. Und das ist bis heute noch so, dass Rollenspiele oder auch andere Spiele haben im Hintergrund ja sehr, sehr viel mathematische Mechanik laufen, die wir als Spieler nur zum Teil sehen und auch nicht sehen müssen. Und je nach Genre, also im Rollenspiel wird dann schon geschaut, dass man dann noch eine gewisse Transparenz hat. Bei einem Shooter oder so weiter werden teilweise die Zahlen komplett im Hintergrund, je nachdem, ob man es jetzt will oder nicht. Also manchmal wird es absichtlich gemacht, dass man dann irgendwelche Zahlen noch hat und dann eine Art Progression hat und manchmal kommt das Ganze im Hintergrund. Also das ist dieser mechanische Teil. Was aber spannend ist und das habe ich auch erläutert, diese gemeinsamen Entscheidungen, die man trifft. Wie löse ich eine Situation, was mache ich in dem Spiel? Und da ist man sehr schnell bei den moralischen Entscheidungen. Und da gibt es halt Klassiker wie, okay, helfe ich einer Person oder ziehe ich die übers Ohr, raub die sogar aus, etc. Und da wird oft auch von guten und bösen Helden dann gesprochen, wobei dann böse Helden ist die Frage, ob es das gibt. Antihelden. Antihelden, ja genau. Und oft ist es so, dass man sehr klassisch anfängt und umso mehr man dann solche Spiele spielt, ist dann auch interessant, auch mal die böse Seite auszuprobieren. Und das Spannende bei so Pen-and-Paper-Rollenspielen und insbesondere bei Dungeons & Dragons war es, dass es da auch ein Gesinnungssystem gab. Also Dungeons & Dragons hat relativ früh insgesamt neun verschiedene Gesinnungen aufgegeben und hat gesagt, okay, es gibt Charaktere, die sind entweder gut, neutral oder böse. Aber darüber hinaus haben sie noch eine weitere Ausrichtung, entweder sind sie rechtschaffen, neutral oder chaotisch. Und das macht es eigentlich ziemlich spannend, ging auch vor allem darum, irgendwie Nicht-Spieler-Charaktere zu beschreiben. Aber auch die Spielfiguren selbst konnten sich diese Gesinnung geben und dadurch hatte der Spieler, die Spielerin irgendwie auch eine Orientierung, wie will ich jetzt meinen Charakter spielen. Also ein Dieb zum Beispiel ist selten rechtschaffen, weil er ist, also ein Dieb kann gut sein, kann so, sag ich mal, gute moralische Werte vertreten, aber trotzdem sagen, okay, manchmal biege ich mir das Gesetz oder das Recht dann doch so hin, dass so, um was Gutes zu erreichen, um beispielsweise in den Armen zu helfen, darf ich auch den Reichen stehlen. Also ein sehr klassisches Beispiel. Und das hat, wie gesagt, Dungeons & Dragons sehr früh und sehr gut gemacht und das wurde auch in die Computerspiele mit einbezogen. Also es gab in den 90ern eines der größten Games war Baldur's Gate, also hat das Rollenspiel aufleben lassen in den 90ern. Und das hat auch sehr damit gespielt, dass du Charaktere hattest, die waren, ja gut, du hattest aber auch chaotisch böse Charaktere, du hattest rechtschaffenböse Charaktere. Also beispielsweise so Dämonen in der Hölle, die sind sehr rechtschaffen, weil die haben ganz klare Regeln, an die halten sie sich auch, aber die sind halt böse. Also auch sowas ganz geben. Und das quasi in die Spielerzählung reinzunehmen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, ich habe sehr viele vorher über Mechanik geredet in Rollenspielen, also irgendwelche Werte etc. und was aber dieses Gesinnungssystem und generell die Frage nach Moral in Spielen aufwirft, dass ich das in die Erzählung reinnehmen kann und dass ich eben dann die Wahl haben kann, will ich jetzt gut spielen, will ich jetzt böse spielen. Das Interessante hierbei ist ja, dass viele Leute angeben, dass sie immer nach ihrem eigenen Moralsystem spielen, heißt, dass sie immer probieren, die gute Rolle einzunehmen. Was denkst du, inwiefern das mit einfließt? Ja, also im Endeffekt ist man ja schon sehr involviert in das Spiel und man versucht ja auch die Geschichte so zu erleben. Also so wie es auch bei Filmen oder bei Büchern ist, versucht man sich ja doch irgendwie mit den Figuren auch zu identifizieren. Und eine Figur, die komplett gegen die eigenen Vorstellungen handelt, kann als Bösewicht herhalten, aber es ist schwierig, Protagonisten so darzustellen. Also manchmal in Geschichten wird das tatsächlich auch geschafft, aber selbst da muss dann die eigene Handlung nachvollziehbar sein. Und das, glaube ich, ist ein sehr spannender Punkt. Ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, ich hatte ein sehr cooles Interview zum Thema Moral mit jemandem, wo es mir wirklich eine sehr große Ehre war, mit ihr darüber reden zu dürfen. Mit Katrin Fricke, besser bekannt als Cold Mirror. Sie ist eine YouTuberin und ist in der Anfangszeit von YouTube bekannt geworden mit ihren Harry-Potter-Parodien. Macht jetzt auch einen Podcast über das Thema Harry Potter, der millionenfach geklickt wird und das nur auf YouTube. Und sie hat auch eine Zeit lang Gamechecks gemacht für UFM, wo sie Spiele auch aus verschiedenen Perspektiven betrachtet hat. Und ich habe sie gefragt, wie es für sie ist, nach welchem Moralsystem sie spielt. Ich merke auch an mir selber, dass ich immer, sagen wir mal, die moralisch korrekte Route gehe ins Spielen, einfach weil ich den NPC nicht enttäuschen möchte. Das geht mir dann so nah, dass ich zu viel Empathie habe, dass ich da dann mitfühle. Und selbst wenn dann das nur Pixelgrafik ist oder sowas, aber es ist allein storymäßig jetzt schon viel mehr möglich. Und ja, dann manchmal tut es einem dann schon weh, wenn man diese Person dann enttäuscht. Und dann hat man zumindest ein Glücksgefühl, wenn man im Spiel dann ein paar Punkte sammelt und diese Person dann glücklich machen kann und das Richtige tut. Ja, kennt man, kann ich von mir selber auch auch sagen. Mir fällt es immer sehr, sehr schwer, Leuten was Böses zu tun in Spielen, vor allem da, wo ich wirklich richtig krass involviert drin bin. Ja, genau, du sagst es. Also man ist ja in der Geschichte drin und man, auch wenn das virtuelle Charaktere sind, hat man trotzdem, fühlt man sich irgendwie verantwortlich. Und da ist es doch in der Tat so eine kleine Überwindung, dann auch da jetzt, ja, denen weh zu tun oder irgendwas zu machen, was eben nicht dem entspricht. Und die meisten Spiele legen es ja auch darauf an. Also man muss ja auch sagen, in Spielen ist man ja selten der Bösewicht oder irgendwie. Da gibt es auch die Fälle, können wir nachher auch gerne darüber reden, wie es ist, wenn Spiele das ein bisschen umdrehen. Aber in den allermeisten Fällen ist man ja ganz klar die Heldin der Held, die dann auch das Gute vertreten. Und auch wenn einem das Spiel eigentlich im Idealfall auch die Wahl lässt, aber trotzdem ist klar, okay, die meisten werden, ja, den armen NPC nicht enttäuschen wollen. Ich finde es so schön, wie du das gesagt hast. Und das trifft es ja auch. Also man kriegt ja dann auch die Rückmeldung vom Spiel und das Spiel inszeniert es ja dann auch. Und man kriegt ja dann auch, ja, einfach diese Belohnung, dass dann auch die Spielwelt im Idealfall auf einen reagiert. Und das ist das, was auch moderne Spiele sehr ausmacht. Also ich habe ja seit früher auch viel gespielt und da war das, dass die Spielwelt, also wenn man schon Entscheidungen hat, war es halt sehr selten, dass die Spielwelt wirklich sich verändert hat oder auf einen reagiert hat. Und inzwischen ist es so, gerade bei Rollenspielen oder auch bei Open-World-Spielen, so ein Qualitätsmerkmal, dass ein Spiel auch einem Feedback gibt und auch einem einfach zeigt, okay, hey, du hast hier was Gutes bewirkt und in der Regel was Gutes. Und das macht es ja spannend. Da ist es ja jetzt interessant, dass inwiefern auch moralische Dilemma vorkommen, das auch Einfluss hat auf die USK von Spielen. Also wie wir ja schon mal in einer Folge erwähnt hatten, es gibt Spiele, die sind ab 0, 6, 12, 16 oder 18. Inwiefern spielen denn solche moralischen Entscheidungen mit in die USK rein bei der Bewertung von dem Spiel? Bei der USK gibt es ja mehrere Kriterien, die da besonders bedeutend sind. Also es geht ja vor allem darum, ja, ob jetzt ein Spiel irgendwie beeinträchtigend ist oder wirkt auf Jugendliche. Und da ist dann neben der reinen Gewaltdarstellung, was jetzt irgendwie so naheliegend ist, was man im Kopf hat, ob da jetzt irgendwie Blut vorkommt oder ob da menschenähnliche Figuren irgendwie zu Schaden kommen, ist es auch ein Teil, welche Rolle spiele ich in diesem Spiel? Bin ich jetzt jemand, der für das Gute kämpft, der wirklich völlig, sag ich mal, mit einer klaren Motivation, die auch mit unserem Moralkodex, mit unseren gesellschaftlichen Konventionen übereinstimmt? Also wenn ich jetzt, sag ich mal, den Polizisten spiele, der dann irgendwelche Verbrecher jagt oder noch besser quasi, wenn es abstrakter ist, ist es für Kinder auch noch leichter zu tragen. Deswegen auch irgendwelche Märchengeschichten. Also wenn ich da jetzt irgendwie die Heldin bin, die dann irgendwie jemanden retten muss und aufgrund dessen irgendwelche bösen Monster besiegen muss, ist das völlig okay. Und das ist dann auch in Spielen ab sechs oder können dann irgendwelche Monster natürlich auch in der Darstellung ein bisschen vielleicht niedlich oder etc. dargestellt werden. Aber es ist okay, dann irgendwelche Monster zu besiegen, um irgendwie jemanden zu retten oder um die Welt zu retten. Das ist auf jeden Fall legitim. Hingegen, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, Spiele, die sich explizit an Erwachsene richten, können dann wiederum auch andere Perspektiven einnehmen. Also ein gutes Beispiel ist Hitman, wo man quasi einen Serienmörder spielt. Da ist zwar auch im Detail, kann man so dann auch schauen, in den Aufträgen sind es meistens dann auch irgendwelche Leute, die nicht ganz reine Weste haben, um die es dann geht. Aber nichtsdestotrotz spiele ich hier einen Mörder. Und das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Genauso auch sehr bekannt GTA, Grand Theft Auto. Da nimmt man halt die Gangsterperspektive ein. Und auch da gibt es dann, ich hatte es ja vorher gesagt, auch bei Dungeons & Dragons so dieses, trotzdem kann man ja irgendwie gut sein. Und da gibt es auch Abstufungen, auch wenn man vielleicht ein Gangster ist. Aber gerade GTA 5, was ja sehr bekannt ist, hat drei Charaktere und einer davon ist einfach ein absoluter Psychopath. Und das ist eine ziemlich krasse Perspektive, die man einnimmt und eine, die man als Kind oder Jugendlicher definitiv nicht richtig verstehen kann. Und wo auch die Gefahr groß ist. Wahrscheinlich auch nicht richtig zuordnen. Genau, also kann man nicht richtig zuordnen. Und dadurch ist die Gewahr auch sehr groß, dass man da auch ein falsches Rollenvorbild hat. Oder dass dann Sachen legitimiert werden, die eigentlich nicht legitimierbar sind. Und wo man als Erwachsener das irgendwie hinterfragt und dann auch weiß, okay, ich lasse mich jetzt ganz bewusst auf dieses Gedankenspiel ein. So wie ich auch mal irgendwie ein Psychothriller anschaue oder mal ein Buch lese und dann ganz bewusst irgendwie eine andere Perspektive einnehme. Aber für Kinder und Jugendliche ist es natürlich ganz klar, dass das eine schwierige Perspektive ist. Und deswegen fließt das, um auf deine Frage zurückzukommen, in die USK natürlich mit ein. Also es ist sehr wichtig, in der USK nicht nur die Darstellung von Gewalt etc., sondern auch die Rolle, die ich übernehme. Bin ich jetzt jemand Gutes, der auch wirklich mit quasi den gesellschaftlichen Moralvorstellungen übereinstimmt und etwas tut? Und inwiefern, ja, haben meine, also ist es vertretbar, was ich mache? Und was ich auch noch erwähnt hatte, war halt die Darstellung und auch umso abstrakter etwas ist, umso leichter ist es auch für Kinder auch zu handhaben. Deswegen also Märchenwelten, Fantasiewelten sind in der Regel unkomplizierter als sehr, sehr realitätsnahe Szenarien. Also wenn ich jetzt wirklich einen Konflikt, einen realen Krieg habe, der in der heutigen Zeit spielt, ist das natürlich sehr viel krasser, als wenn ich jetzt irgendwie ein Königreich habe, wo dann irgendwelche Zauberer gegeneinander kämpfen. Die USK ist in dem Sinne halt generell interessant, weil sie dann auch immer guckt, ob ich erwachsen genug bin, um etwas verarbeiten zu können. Und mit Katrin hatte ich auch darüber geredet, inwiefern Spiele überhaupt moralisch sein müssen. Und da hat sie mir auch eine sehr interessante Antwort gegeben. Ja, müssen Spiele moralisch sein? Ich glaube nicht. Also wenn es Spiele für Kinder sind, sage ich mal dann schon, aber wenn es Spiele für Erwachsene sind, ähm, optional, ja, aber kein Muss. Weil ich will ja in diese andere Welt flüchten und ich mit meinem Erwachsenen-Gehirn weiß, dass es keine Realität ist und das, was ich im Spiel mache, wird jetzt nicht auch in echt passieren. Ich kann da diese Differenzierung ziehen und bei Kindern ist das nicht so leicht oder die, die denken dann, die gucken dann Zeichentrickserien und sagen, ja, und morgen, Sailor Moon hat gesagt, sie besucht mich morgen. Und dann glauben die das. Und dann, ab wann ist das Gehirn so, dass es das unterscheiden kann? Und dann sollte man Kindern lieber, ähm, ne, beibringen, hey, was Gutes tun, ist das Bessere. Ja, also Kaddi hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Man muss natürlich ganz klar unterscheiden, ob sich ein Spiel an Kinder oder an Erwachsene richtet. Also als Erwachsener will ich einfach diese Freiräume haben und will auch die Freiheiten haben, mal irgendwie eine andere Perspektive einzunehmen. Und ich bin mir auch bewusster dessen, dass ich jetzt auch, sage ich mal, die böse, in Anführungszeichen, Perspektive einnehme und da auch was mache. Und so wie jedes andere Medium das auch verdient, also auch in Filmen gibt es ja Psychothriller etc. Oder auch in Büchern gibt es Genres, wo einfach klar ist, jetzt nehme ich mal eine andere Perspektive ein. Und das sollte man einem Erwachsenen-Medium auch zugestehen. Und da haben Games eben lange damit kämpfen müssen, auch als Kulturgut so anerkannt zu werden, dass man das einem überlässt. Bei Kindern ist es, wie gesagt, natürlich was anderes, weil die einfach noch ihr Moralbild entwickeln und auch in der Jugend und so, da, klar, wird auch ein bisschen rumexperimentiert. Und da macht man auch Sachen, auch in Spielen ist es ja auch so, und das ist, glaube ich, ein Fazit, auf das wir am Ende auf jeden Fall nochmal kommen werden, dass Spiele ja nach wie vor Spiele sind. Also das ist ein Ausprobieren, das ist was, was keine realen Konsequenzen hat. Und das Spiel kann einem zwar Konsequenzen zeigen und das kann einen auch sanktionieren. Also das ist auch ein interessanter Punkt, glaube ich, auf den wir noch zu sprechen kommen müssen, inwieweit ein Spiel auch Handlungen belohnt oder diese sanktioniert. Also man kann natürlich sagen, ein Spiel belohnt einen, wenn ich was gut mache, aber was heißt eigentlich gut? Ist es jetzt moralisch gut oder belohnt es einen auch, wenn ich Sachen zerstöre oder irgendwelche, ja, in Anführungszeichen, Unschuldigen töte oder sonst was? Wenn ich genug böse Energie gesammelt habe. Genau. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der dann reinfließt. Und da hängt es auch natürlich ab, wie abstrakt so ein Spiel ist. Also ich habe es am Anfang, glaube ich, irgendwie erwähnt, dass es auch spannend ist, auch diese böse Perspektive einzunehmen. Und ein Spiel, was mir aus meiner Kindheit einfällt, ist Dungeon Keeper, um auch nochmal bei diesem Fantasy-Setting zu bleiben. Da nimmt man halt nicht die Rolle der Helden ein, die dann irgendwie in Verlies gehen, um dann den Drachen zu töten, sondern da nimmt man eben die Rolle des Dungeon-Meisters ein, der dann eben diese ganzen Monster befehligt und das Verlies aufbaut. Und das ist, ja, super spannend. Und das Spiel stellt es aber auch total überzogen dar. Also es ist auch eine sehr abstrakte Darstellung. Und deswegen auch ein Spiel, obwohl man jetzt die böse Seite übernimmt, ist es jetzt kein Spiel, was irgendwie ab 18 oder nur für Erwachsene gedacht ist, weil es klar ist in seiner fiktiven und in seiner Fantasie-Erzählweise, dass es halt eine andere Rolle einnimmt. Aber es macht halt gerade auch Spaß, weil normalerweise, es bricht halt mit allen Klischees oder kehrt diese um, besser gesagt, also dass ich auf einmal nervöse sein kann. Und das ist was, was man in Spielen sehr, sehr oft ausprobiert, dass man auch mal sagt, okay, was passiert denn, wenn ich aus der Norm ausbreche? Und auch in dem Fall auch ganz bewusst, ich weiß, ich würde mich in der Realität nicht so verhalten oder da würde ich anders sein, aber in dem Spiel darf ich das, weil es eben auch nur ein Spiel ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja Spiele, die als indiziert gekennzeichnet werden, weil die da ja dann nochmal anders behandelt werden. Willst du da auch ein bisschen drauf eingehen? Genau, also wenn wir von indizierten Spielen sprechen, sprechen wir meistens von jugendgefährdenden Spielen, also die von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien so eingestuft wurden und daher Jugendlichen einfach unter keinen Umständen zugänglich gemacht werden sollten. Was jetzt zum einen zur Folge hat natürlich, dass sie denen nicht verkauft werden sollen. Also das ist ja bei ab 18er Titel ja auch so, dass normalerweise Jugendliche das nicht bekommen sollten auf offiziellem Wege. Und bei indizierten geht es aber so weit, dass die auch nicht beworben werden dürfen. Also eine Spielezeitschrift darf jetzt über einen indizierten Titel jetzt nicht schreiben, hey, geiler Scheiß und so weiter. Insofern ist es trotzdem, als Erwachsener darf ich Spiele, die auf diese Art indiziert sind, schon auch selber noch spielen und auch beispielsweise irgendwelche Importgeschichten auch haben und besitzen. Ich darf es nur Kindern nicht zugänglich machen. Und das sind aber schon wirklich Spiele, die echt hart sind. Also wo man auch sagen muss, die, also man weiß ja, was für Spiele auch beispielsweise ab 18 freigegeben sind und indizierte Spiele sind dann aus gutem Grund nochmal härter. Ja, genau. Also und ja, es gibt beispielsweise Spiele, da geht es um Amoklauf etc. Das sind wirklich Sachen, die selbst für Erwachsene, sag ich mal, heftig sind und die bei Kindern wirklich, sag ich mal, verstören können oder ein komplett menschenverachtendes Menschenbild oder so darstellen. Und es gibt natürlich auch nicht nur, also seit bei Indizierung ist es ein bisschen kompliziert, es gibt da zwei Listen, soweit ich das verstanden habe, dass dann auch eine Liste ist dann wirklich als menschenverachtend und da werden wirklich grundlegende Werte angegriffen und die werden, also man würde umgangssprachlich zensiert sagen, aber aus gutem Grund, sag ich mal. Und also gerade, ich habe da mit jemandem mal geredet, der in dieser Bundesprüfstelle gearbeitet hat und hat auch gemeint, das willst du eigentlich gar nicht wissen, was da für Medien auch angeschaut werden und was wir zum Glück als Normalleute dann nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil das dann wirklich, ja, also wirklich Perversionen sind, die, naja, reden wir nicht weiter drüber. Es hat einen guten Grund, dass die indiziert sind, sag ich mal. Ja. Um jetzt wieder so ein bisschen in die pädagogische Schiene reinzurutschen. Generell, was denkst du, welche Möglichkeiten schafft es denn beispielsweise bei Rollenspielen andere Perspektiven einnehmen zu können, gerade vielleicht auch in Bezug darauf zu verstehen, wieso andere Leute ein anderes Moralsystem haben? Also es ist wie ein Rollenspiel, ich finde diesen Begriff halt sehr schön, weil ich nehme halt eine andere Rolle ein und je nachdem, was für Charaktere ich spiele, in was für einem auch fiktiven sozialen Umfeld ich mich bewege. Also das ist ja auch spannend, auch bei Rollenspielen, wenn ich verschiedene Fraktionen habe. Also moderne Rollenspiele ist oft so, dass ich mich irgendwann entscheiden muss, welcher Fraktion schließe ich mich an? Und oft ist es so, dass die dann halt auch gewisse, ja, Sachen vertreten. Also du hast dann irgendwelche Fraktionen, die dann entweder besonders religiös sind und interessant wird es dann, also manchmal, wenn du ein reines Gut-Böse hast und so, okay, kannst du sagen, okay, ich mache halt einen Durchlauf, als erstes die meisten, ich spiele mal gut und dann vielleicht beim zweiten Mal probiere ich mal auch die bösen Sachen aus, weil es eben ein Spiel ist, weil ich es kann. Und spannend wird es dann, wenn es nicht mehr eindeutig ist. Also wenn ich dann sage, okay, ich habe ja vielleicht irgendwie hier die Naturfreunde, die aber irgendwie völlig fremdenfeindlich sind und halt irgendwie dann andere ausschließen. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwelche religiösen Fanatiker, die vielleicht auf den ersten Blick sehr moralisch wirken, aber dann wiederum, ja, Hexenverbrennungen und was weiß ich erst machen. Und das gibt es, wie gesagt, in modernen Rollenspielen öfter, dass ich halt so zwiespältige Fraktionen habe und selber mal schauen muss, welchen unterstütze ich. Für mich selbst, um jetzt auch noch ein Beispiel zu nennen, und zwar auch, klar, ab 18, The Witcher ist so eine Reihe, aber sehr bekannt, dadurch, dass es so eines der größten Rollenspiele geworden ist oder Serien, Rollenspielserien geworden ist. Und ich habe das schon vor 15 Jahren irgendwie den ersten Teil gespielt und das hat, für mich war das so eine Erfahrung, da ging es darum, es gab, ja, die Zwerge, also in dieser Welt, das ist so eine Dark-Fantasy-Welt, wie man so schön sagt, werden Zwergen und Elfen ziemlich unterdrückt von den Menschen und man merkt an aller Ecke und das spielt dann auch auf reale, ja, sage ich mal, Diskriminierung von Minderheiten auch an, dass die dann überall benachteiligt werden und dann hast du eben eine Rebellengruppe, die Scoia-Tel, die dann halt sich dagegen auflehnen und nach dem, ja, Moralverständnis, was man so hat, ja, die guten Rebellen, also auch Star Wars geprägt irgendwie so, ja, Rebellen sind immer gut und die lehnen sich gegen Unterdrücke auf und natürlich helfe ich denen und dann gab es eine Mission, wo man denen halt irgendwie Waffen zur Verfügung stellt und plötzlich merkt man, dass man denen zwar in einer Mission diese Waffen gibt und die sich bedankt war, also ja, super, danke, dass ihr uns die überlasst und plötzlich wird halt mit diesen Waffen im nächsten Akt, also irgendwie zehn Stunden später, wird dann ein Freund von dir getötet, wo du denkst, oh krass, was habe ich da jetzt gemacht, also ich habe den in Anführungszeichen guten Rebellen und das Spiel diskutiert halt die ganze Zeit diese Ambivalenz zwischen Rebellen und Terroristen, was ja auch im realen Leben ein enorm wichtiges Thema ist. Das ist jetzt was, was man vielleicht für Jugendliche vielleicht tatsächlich einen Tick zu komplex ist, aber für Erwachsene, finde ich, ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man sich auch bewusst machen muss, weil oft Konflikte eben je nachdem, aus welcher Perspektive man es sieht, ganz anders zu sehen sind und dann auch ... Und dass es kein reines Gut oder Böse gibt, sondern oft nur irgendwas dazwischen, ja. Ja, ganz genau und wie gesagt, für mich war halt The Witcher in dem Sinne super spannend, dass es da große Entscheidungen gibt, die einem da wirklich ... Und das ist das Tolle, wenn man dann bei Spielen gar nicht mehr darüber nachdenkt, habe ich daraus einen spielerischen Vorteil, kriege ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, mehr Punkte oder eine bessere Rüstung oder was auch immer, also wenn du da eine spielmechanische Belohnung hast und einfach denkst, kann ich das moralisch überhaupt verantworten, was ich da jetzt gemacht habe. Und bei diesen ganz krassen Spielen ist es halt so, dass es dann nicht nur gute und nicht nur schlechte Folgen gibt, sondern so meistens, okay, diese Entscheidung hat halt diese Folgen, sowohl positive wie auch negative und das sind dann Entscheidungen, die einem auch emotional irgendwie hängenbleiben und über die ich ja seit Jahren später noch nachdenke und natürlich war das jetzt nur eine fiktive Entscheidung, aber es war trotzdem ein unglaublich intensives Spielerlebnis, was auch mein Moraldenken, meine Moralvorstellung sehr geprägt hat. Und auch hinterfragt wahrscheinlich bei gewissen Punkten, was ja der Effekt ist, dass du dann wächst an solchen Informationen, ja. Ja, absolut. Und ich finde, das ist die Chance auch für die Bildung. Also man muss jetzt vielleicht nicht The Witcher nehmen, weil es, wie gesagt, ganz klar ein Spiel für Erwachsene ist. Aber vielleicht, wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden. Genau, genau. Aber also ein sehr gutes Beispiel ist auch Papers, Please, was auch zu der Zeit, wie das war auf Meilen rauskam und da auch, sage ich mal, für große Diskussionen gesorgt hat, weil es die super spannende Perspektive eines Grenzbeamten zeigt. Also nicht Grenzbeamte im Sinne von Soldat, der da irgendwie was macht, sondern einfach einer, der in seiner Kabine sitzt und darüber entscheidet, okay, ich schaue jetzt Papiere an und muss jetzt entscheiden, kann diese Person diese Grenze durchschreiten oder nicht. Und das Krasse ist, so das Setting ist so ein fiktives, ja, faschistisches oder diktatorisches Staat, um den es da geht. Und wo sich dann auch irgendwie so ein Konflikt auch eben mit Rebellen oder Terroristen so aufbaut. Und man kann dann entweder ganz brav, sage ich mal, der Grenzbeamte sein und seine Familie auch durch ernähren. Also das hat auch dann so eine Mechanik, dass ich am Ende des Tages, je nachdem, wie gut ich meinen Job mache oder wie anständig, kriege ich dann halt ein Budget, womit ich eben meine Familie ernähren kann. Oder ich kann dann halt, kriege dann zwischendrin immer wieder mal so die Möglichkeit, auch diese Rebellen, Terroristen, was auch immer, zu unterstützen. Mit dem Risiko, dass ich dann aber mich und meine Familie quasi in Gefahr bringe. Und das ist ein unglaublich intensives Spielerlebnis, auch wenn es zu großen Teilen ausnimmt, sehr, okay, ich muss einfach Papiere anschauen und schauen, ob diese Person da durch darf oder nicht. Und manchmal auch zu Recht muss ich... Aber er präsentiert ja das reale Leben ziemlich gut, weil da sind ja auch eigentlich simple Entscheidungen, haben manchmal sehr krasse Folgen. Eben, eben. Und in dem Fall so, lasse ich diese Person durch? Ja, nein, krass. Auch ein zweites Beispiel, was ich an der Stelle unbedingt noch anbringen will, ist Orwell. Also ein Spiel, was sich eben auch mit dem Thema Überwachungsstaat und auch wie können Geheimdienste, sage ich mal, in die Privatsphäre von Leuten eindringen. Und auch da spiele ich auch so einen Mittelsmann, der einfach entscheidet, welche Informationen gebe ich an meine Vorgesetzten weiter. Und das ist mega entscheidend. Es gibt so Sachen, die so scheinbar verdächtig klingen, aber vielleicht auch überhaupt nicht verdächtig oder irgendwie schlimm sind. Und wenn ich die jetzt weitergebe, kriegt mein Vorgesetzter ein ganz anderes Bild von dieser Person, die ich beobachte. Und das kann dann auch im Endeffekt über das weitere Leben dieser Person entscheiden. Und also unglaublich spannend, diese Dilemma, die Dilemmata, die da aufgezeigt werden. Und das ist was, was man durchaus eben auch im Bildungsbereich einsetzen kann. Oder einfach auch für jemanden persönlich, der sowas spielt, glaube ich, prägt es einen. Und diese Entscheidungen bleiben dann auch wirklich hängen. Glaubst du, dass Spiele, die beispielsweise vor 10 oder 15 Jahren rausgekommen sind, die ja zu einer Zeit kamen, wo das moralische Verständnis von der Gesellschaft jetzt anders war als zur heutigen Zeit. Glaubst du, dass die anders konzipiert gewesen wären? Auch da muss man sagen, das gilt für Computerspiele wie für alle anderen Medien auch. Also das gesellschaftliche Verständnis und auch so die gesellschaftliche Erwartung auch an Moral oder an gewissen Werten hat sich ja auch weiterentwickelt. Also gerade wenn man jetzt Themen wie Diversität nimmt oder auch man ist sehr viel sensibler, was Rassismus oder Diskriminierung angeht. Und so wie es auch viele Filme gibt oder sowas, die dann auch in der damaligen Zeit eben so gedreht wurden und vielleicht auch als Klassiker gelten, aber heute in der Tat gewisse schwierige Sachen haben. Also so im einfachen Sinne, ich weiß noch wie zum Beispiel Rauchen war ja früher super normal und irgendwie, keine Ahnung, 60er, 70er und dann gab es irgendwie ab den 90ern, hat man das überhaupt in keinem Film mehr gesehen. Ich meine, Rauchen ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das jetzt nichts, was ultramoralisches ist. Aber allein da an so einem einfachen Beispiel merkt man, wie sich das schon verändert hat. Oder wenn man betrachtet wie homophob und rassistisch teilweise, die Filme aus den 2000ern, aus den frühen 2000ern waren im Gegensatz dazu, wie das jetzt gehandhabt wird, ist das auch ein riesiger Unterschied. Absolut. Und genau das sehen wir bei Spielen auch. Und das Krasse ist, also Spiele, wie gesagt, dadurch, dass es auch ein sehr junges Medium ist und so, da ist vielleicht dann auch immer ein bisschen, ja, eigentlich nee, eigentlich sind sie gar nicht hinterher, wenn ich mir so anschaue. Es nimmt genau die Entwicklung mit. Und selbst auch gerade bei den, also großen Studios, da gibt es jetzt riesige Diskussionen auch innerhalb der Entwicklerinnen, Entwickler, ich meine, das war ein Thema für sich, was wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen hatten, inwieweit auch die Entwickler-Szene, in dem Fall sage ich ganz bewusst Entwickler, da auch ein Sexismusproblem hat und so weiter. Aber da tut sich gerade eine Menge. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viel diverser jetzt aktuelle Spiele gerade werden und wie selbstverständlicher es ist, dass ja auch, ja, diverse Charaktere eben dann auftreten und dass man das auch in Spielen würdig repräsentiert, da hat sich eine Menge getan. Und um auf deine Frage wieder zurückzukommen, ja, Spiele, die jetzt noch, sage ich mal, in den 90ern und in den 2000ern veröffentlicht werden, würde man so in der Art nicht veröffentlichen. Also ich glaube, ein Musterbeispiel ist jetzt Duke Nukem, ist auch ein Charakter, auf den wir immer wieder rumreiten, als der ultra-macho-Show-V-Typ, der natürlich völlig überzogen ist und dem man auch heute mit Humor, sage ich mal, begegnen kann, weil es einfach ein völlig übertriebener Charakter ist, aber der so, glaube ich, in der Form auch heute nicht mehr salonfähig wäre, sage ich mal. Und ja, und das finde ich auch gut. Also das ist jetzt einfach eine gesellschaftliche Entwicklung und so wie halt Spiele einfach inzwischen erwachsenes Kulturmedium geworden sind, haben sie natürlich auch die Verantwortung, auch die moralische gesellschaftliche Entwicklung mitzutragen und auch zu repräsentieren in ihrer Art. Das waren sehr schöne abschließende Worte. Genau, Duke Nukem und andere Spiele habe ich auch mit Cadi besprochen. Also das Interview wird auch nochmal als Extra-Folge hochgeladen, falls man da reinhören möchte. Ansonsten, Dian, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe? Also ich kann echt nur empfehlen, hört euch das Gespräch mit Cadi an. Es ist mega, steht als wunderschöne Ergänzung zu dem Thema, auch für sich. Also hört da auf jeden Fall rein und natürlich wieder nach dieses tolle Fazit, der Aufruf, dass Eltern natürlich einfach auch mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen sollten und einfach mal drüber reden, wie Kinder, Jugendliche das empfinden, wenn sie so Spiele spielen und was sie daraus ziehen. So kriegt man am meisten auf jeden Fall mit. Es bringt nämlich nichts, alles nur schlecht zu reden, weil dann verschließen sich die Kinder nur noch mehr und dann bekommt man gar nicht mehr mit, was für schlimme Sachen sie dann vielleicht tatsächlich spielen sollten. Das war unser pädagogischer Rat am Ende. Genau. Ja, sehr schön. Ansonsten bedanke ich mich für das Gespräch, hat wieder mal mega Spaß gemacht und bin sehr gespannt, wie es bei uns weitergeht. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020